Spieler, aber er hat gegen Timo natürlich auch schon einige Training gespielt, weil er ab und zu hat Trainingspartner, er ist ein Spieler, der eine sehr gute Gruppe zu lassen von Timo und ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel dann ausgeht. Man sieht schon lange Aufschläge, die er dann macht. Es ist auch nicht so häufig der Fall, dass wir einen US-Amerikaner in der Tischtenniswelt sozusagen sehen. Er ist immerhin auf Position 28 in der Weltranglist von einem deutschen Trainer Stefan Veth mit Namen an einer Akademie in Santa Clara kam dann mit. Da war er der jüngste von 555 US-Amerikanischen Olympia und arbeitet sehr lange immer in der Halle. Also das ist eigentlich der Spieler, wenn wir Laggingen haben, der vielleicht mit Benedikt Buhl ein bisschen einfacher gemacht, wie vielleicht den europäischen Spielern, weil er doch das ein oder andere Turnier dann spielen darf, weil es weniger gute Spieler dort gibt. Aber man sieht, wie toll ihm Timo Boll, über ihn ist so viel geschrieben, gesagt worden, aber du. Ja, schon seit Jahren, Jahrzehnten, ja, also es ist schon immer wieder erstaunlich, wie er kommt deswegen, glaube ich, auch immer wieder schnell zurück, weil er eine super Grundtechnik hat, hat viel in jungen Jahren, das ist für ihn ein großes Thema immer wieder und da ist er echt gut, dass er seinen Rückschlag, seinen Aufschlag immer wieder so platziert, dass der Gegner, das war so ein bisschen sein Markenzeichen, unglaublich populär. in Asien, speziell auch in China, aber wie sagte Jörg Roskopf mir vorhin, der denkt auch schon an Olympia 2024. Ja, interessanter erster Satz. Das ist auch eine interessante Aufschlaghaltung, die der junge Mann da an den Tag legt. Ja, ziemlich weit in der Mitte, dann auch, und da hat ein Timo eigentlich ganz gut angespielt, aber trotzdem war die Chance da gewesen, schmeißten auch relativ hoch, hat auch ein bisschen Probleme. Dann gemacht mit dem Aufschlag, der Rückschlagfehler war weit draußen gewesen, 9 zu 8. Und gesehen gegen Kojul, den Slowenen, der einen super ersten Satz hinlegte, am Ende aber ganz klar geschlagen wurde und sicherlich noch ein bisschen länger darüber nachgedacht hat, warum er diese Partie so abgegeben hat. Also, Timo haben wir das dann spielen lassen, Timo hat es gewonnen, aber im Endeffekt war es für mich wichtig gewesen, dass alle meine Spieler dort teilnehmen konnten. Spiele in China, wo wir sechs Wochen drüben waren, haben dort Turniere gespielt. Das sind Sachen, die wollen wir gerne spielen. Kanak war auch da, die Meldung bekommen von ihren Trainingsleistungen und das auch ins nächste Training rein gut gewesen ist. So Sachen werden dann analysiert. Ja, das wollte ich vielleicht noch ganz kurz fragen, bevor wir wieder auf die Partie kommen. Vorbereitung auf Olympia, wo noch keiner weiß, Witz zu fahren. Okay, Timo Boll, ja, klar, vielleicht auch ein Patrick Franziska, vielleicht wahrscheinlich auch ein Aufschlaghof, aber dahinter dürfte es ja einen heißen Kampf geben. Ich gucke so weit hoch zu halten, dass die Spieler bis zum Letzten darum kämpfen und dann ist es meine Entscheidung von meinem Trainerteam, von mir, dass es stattfindet. Aber ich habe doch ein bisschen meine Zweifel da drin. Ja, und auch Zeit, die hilft Timo Boll in wirklich ganz, ganz vielen Gründen. Und was passiert, der Kerl, Timo Boll, gewinnt mit 6 zu 4. Also daran sieht man schon, der hat Nerven wie Drahtseile. Vielleicht brauche die heute noch, mal gucken. Aber auf jeden Fall, wie hat er jetzt hier in dem Satz jetzt, ja, anfangs schlechten Start gehabt, aber jetzt ist er wieder zurück. 5 zu Platz und Timo ist wieder voll dabei. Macht einen guten, langen Aufschlag jetzt. Kanaka hat immer gut, steht oft gut zu den Bällen. Das ist echt ganz gut. Schön, lang, boah, Wahnsinn. Das war eine unglaublich gute Reaktion von Timo. Also auf so einem festen Ball sieht man jetzt auch, ja, hier der nächste Topspiel, zack. Und den Ball hat er ja. Ja, sensationell. Also das war vielleicht bislang gut gemacht, der Kanaka, überhaupt keine Frage. Man kann vielleicht auch aus Tischtennis was werden in den Vereinigten Staaten. Also eine große Aufgabe für Jahre, auch in Düsseldorf, glaube ich mal, gewesen, Dirk Wagner. Genau. Und Kanaka hat sich... Und jetzt sieht es auch nicht so schlecht aus für ihn. Jetzt wird man sehen, wie Kanaka, ob er einen langen Aufschlag gegen Timo macht, um in den Ballwechsel zu gehen. Oder den kurzen Aufschlag hier. Und wieder der... Wenn es schon einiger Zeit gibt im Tischtennis, dass es nur bis elf geht, dann kannst du das in der Regel fast nicht mehr mitmachen gegen so einen Mann wie Timo Boll und der Pokalfinale 2021. Dann bräuchte man also nur noch ein gewonnenes Match, um sich die Trophäe zum ersten Mal seit zweites Jahres, des vergangenen Jahres in Düsseldorf im Finale gegen Saarbrücken. Jetzt also Timo Boll und Co. im Finale gegen Ochsenhausen. Ja, bislang hat er es, glaube ich, gut gemacht. Ja, Grosskopf nach wie vor bei uns. Er hat sich wirklich gut bewegt hat bisher, Kanak, Saar. Und ja, ich glaube, Timo wird das Ding auch gut nach Hause spielen können. Er weiß... Er darf das eigentlich mit 39 Jahren immer noch so, die absolute Weltklasse zu sein. Wir haben ein bisschen darüber schon gesprochen. Er selbst hat das auch in einem Interview gemacht. Er hat sowieso recht, ganz klar. Es ist für ihn in so einem Alter dann auch wichtig, vor allem natürlich auch an der Zeit auch ans Aufhören zu denken. Aber er bringt Top-Leistungen, er hat Spaß im Training. Er ist in seiner Karriere und das ist auch nicht so einfach, wenn man weiß, wie viele supergute Chinesen es unter anderem gibt, die ja Tadixenhausen. Bevor man dann gesagt hat, okay, jetzt schlagen wir zu, jetzt holen wir diesen Kanak, Saar. Also solche Top-Spieler in jungen Jahren taugen sie auch schon früh auf. Es ist noch eine Frage, ob ein Top-Verein wie Ochsenhausen dann sagt, okay, sie holen sich einen Jungen geholt, den haben sie dann geparkt in Altena und dann später in Düsseldorf verpflichtet. Ich glaube, er war auch 14 gewesen. Also im Endeffekt ist das eine Sache, wo der Verein sagen muss, okay, will ich kurzfristig einen Erfolg, dann kaufe ich vielleicht einen anderen Spieler oder will ich was langfristiges aufbauen mit einer jungen Mannschaft und dann hole ich mir gleich. Und jetzt Insider-Kreisen auch irgendwo komplett nachzuziehen. Und deswegen ist es für Kanak-Scheiz etwas schwieriger, dann auch die Punkte zu machen. Aufschlag von Timo Boll. Den Ball zu spielen, er war ein bisschen zu weit weg gewesen, aber das war eigentlich sein Matchplan jetzt gewesen nach dem Timeout, den Ball in Mitte zu spielen und dann schnell in die Vorhand zu spielen. Das war sein Plan. Und jetzt auch dieses Match beendet, das war wirklich eine souveräne Vorstellung, Jörg, ich glaube, alles...